Hallo Lukas, was machst du denn da? Ich will einen Looping schwimmen. Autsch! Hey Fritzi, kannst du einen Looping schwimmen? Ist doch einfach. Toll! Ich versuch's nochmal. Autsch! Schau Lukas, eine Flasche. Da ist eine Nachricht drin. Hier steht, willst du die Truhe finden, dann suche den Weg zum Strand. Wenn ich den Schatz finde, bin ich reich. Wir müssen Oma Flunders Schatztruhe finden, weil da die Saatkörner drin sind. Wenn wir sie nicht bald finden, dann müssen alle Fische sterben. Ich helf dir sie zu finden. Keine Flasche zu sehen, Chef. Vielleicht hat sie jemand vor uns gefunden. Hehe, vielleicht hat sie jemand vor uns gefunden. Klar hat sie jemand vor uns gefunden, Dumpflosse. Komm schon, wir müssen diese Flasche finden. Sonst gibt's was auf die Mütze. Aber Chef, ich trage doch gar keine Mütze. Niko, Mami kommt sofort. Ich klemme fest. Ich ziehe doch schon so fest, ich kann. Entschuldige Lukas. Schon gut, schon gut. Mein kleiner Niko steckt in der Höhle fest. Aber ich passe einfach nicht hinein. Bitte, bitte, helft mir. Klar, Frau Buttje. Wir holen Niko da raus. Fritzi, Lukas. Ich bin unter dem Stein eingeklemmt. Könnt ihr mir helfen? Ich klemme fest. Was machen wir denn jetzt? Keine Angst, Niko. Wir brauchen ein größeres Brett, um den Stein hochheben zu können. Das ist ein schönes Schneckenhaus. Habt ihr mein Kind gefunden? Ja, Frau Buttje. Niko klemmt fest, aber es geht ihm gut. Du meine Güte, bin ich froh. Toll, wir haben eine Flasche gefunden. Auf dem Blatt steht, Schwimme zum tiefen Graben. Jetzt haben wir... Das ist der Weg zu den alten Wahlknochen. Hey, Chef. Der Schatz ist verschwunden. Wozu hast du eigentlich all die Flaschen versteckt, hä? Ich hab aufgeschrieben, wo ich den Schatz versteckt hab und die Zettel in die Flaschen gesteckt. Hör zu, entweder du findest jetzt den Schatz oder du erzählst Don Krakone, was passiert ist, okay? Bitte nicht, Chef. Ich will nicht zu Don Krakone. Los, beweg deine Grätendumpflasse. Ein Schlüssel. Ab. Karuso Krebs, was ist mit dir passiert? Ich würde euch wirklich gern meine Angel geben, wenn ihr mich aus diesem Käfig befreit. Mit dem Schlüssel können wir dich befreien. Für die Befreiung bedanke ich mich. Wir müssen jetzt Oma Flunders Schatztruhe finden, Lukas. Los, zum Schloss. Ich sehe nichts. Mach das Licht aus, Hermann. Ein bisschen schlaft hätte mir gut, Fritzi. Aber mein Schneckenhaus, es leuchtet den ganzen Tag. Es leuchtet die ganze Nacht. Wenn ich das Haus doch bloß eintauschen könnte, gegen eines, das nicht leuchtet. Hermann, ich habe dir ein Haus mitgebracht, das nicht leuchtet. Fritzi, Fritzi, Fritzi. Das ist ja wunderbar. Einen Augenblick. Hier, Fritzi. Vielleicht kannst du dieses leuchtende Ding gebrauchen. Danke, Hermann. Guten Nacht. Lukas, wir müssen... Gel Aberkommun. Das ist ja, ich weiß. Oh, gut. Das ist ja, ich weiß. Geh, ich weiß. Das ist ja, ich weiß. Wir müssen mich nicht älter. Das ist ja, ich weiß. Das ist ja, ich weiß. Schau, noch eine Flasche. Du bleibst hier und ich hole die Flasche, Lukas. Ich hole die Flasche, Fritzi. Die Flasche! Entschuldige, Fritzi. Schon gut, Lukas. Ganz schön unheimlich hier unten. Ganz schön gruselig hier. Zieh sie hoch! Zieh sie hoch! Du hast die Flasche, Fritzi. Jippie! Auf dem Zettel steht, suche die drei Höhlen und schwimme in die Rechte hinein. Nicht zu Don Krakone, bitte! Los, beweg deine Gräten, dumm Flosse! Glaubst du, ich erzähle Don Krakone, dass wir den Schatz nicht mehr finden? Bitte, bitte nicht, Chef! Ich will nicht zu Don Krakone! Doch, 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 doch! Auf geht's zu Don Krakone! Sieh mal, Lukas! Der Fels der drei Höhlen! An Adelbert Aal kommt keiner vorbei. Aber wir suchen doch nach Oma Flunders Schatztruhe. Wenn wir sie nicht bald finden, dann müssen alle Fische sterben. Ha, das sagen sie alle! Macht, dass ihr wegkommt. Sonst landet ihr als Vorspeise in meinem Magen. Mh, lecker! Oma Flunders berühmte Seetang-Frühstücks-Marmelade. Na also, von mir aus könnt ihr jetzt vorbei. Viel Glück bei der Suche nach Oma Flunders Schatztruhe! Puh, das ist ja noch mal gut gegangen! Schau, Lukas! Die Nachricht lautet, der Schatz ist im Schiffswrack versteckt. Jetzt suchen wir die Schatztruhe auf dem alten Schiffswrack. Ich weiß genau, wo das Schiff ist. Ich hab den Weg zum Schatz aufgeschrieben und die Zettel in die Flaschen gesteckt. Ich glaub, die erste Flasche hab ich an der Wegkreuzung versteckt. Aber, aber, Don Krakone! Oh, da lag die erste Flasche am Strand. Da los, Dumpflosse! Denk nach! Don Krakone hat uns vertraut und wir sollten den Schatz gut verstecken. Aber, aber, Don Krakone! Jetzt weiß ich wieder, wo der Schatz ist! Na los, Dumpflosse! Schau, Lukas! Das alte Schiffswrack! Hier muss Oma Flunders Schatztruhe irgendwo sein! Tagchen, Kumpel! Viele sagenhafte Schätze lagen jahrhundertelang in diesem Schiffswrack verborgen. Wir suchen nach Oma Flunders Schatz! Viel Glück, Kumpel! Hey, Fritzi! Was glaubst du, ist hinter dem Fenster da? Sieh mal, Lukas! Da drinnen ist Oma Flunders Schatztruhe! Ja! Gleich bin ich reich! Ganz reich! Lukas! Oma Flunders Saatkornschatz ist für alle da! Das Fenster ist sowieso viel zu schwer! Wir können es nicht aufmachen! Wenn wir eine Kurbel für die Winde finden, können wir das Fenster öffnen und hineinschwimmen! Lass uns nach der Kurbel suchen! Diese Krücke könnten wir gut gebrauchen! Möchtest du die Krücke haben? Na klar! Meine alte Krücke! Danke, Kumpel! Jetzt brauche ich die Mandoline nicht mehr! Wollt ihr sie haben? Ja, bitte! Danke! 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 Ich bin Florian Flatterfloss, der größte Knurrhahn aller Weltmeere! Arr! Florian, hier hast du dein Musikinstrument! Unglaublich! Ah, die Kurbel gehört euch! Sie ist sowieso kaputt! Danke, Florian! Ach, ein tolles Wort, das alles sagt! Ach, ach, so glücklich! Ach, so froh! Ach, geht's euch nicht ebenso? Ach, bei jeder Brise! Ach, in der Kombüse! Ach, von Bug bis Heck! Ach, beim Klabautermann! Ach, joho, hum hum und net buddelt voll rum! Ach, habt ihr was gesagt? Ach, ihr seid zu leise! Ach, und noch einmal! Ach, sehr gut! Ausgezeichnet! Wenn nicht sogar! Ach! Lass uns nach Oma Flunders Schatztruhe suchen! Da ist er! Gleich bin ich reich! Juhu! Wir haben Oma Flunders Schatz gefunden! Oma Flunders Schatztruhe! Jippie! Ich hab dir doch gesagt, dass wir den Schatz finden, Chef! Also los, ihr beiden, her mit dem Schatz! Nein! Oma Flunders Saatkörner sind für alle da! Aber wir müssen den Schatz zu Don Krakone bringen! Damit er was zu fressen hat! Wenn wir die Saat teilen, hat jeder was zu essen! Wir sollen die Seetang-Saatkörner teilen? Hey, Chef! Die Saatkörner gehören allen! Wartet mal! Ich hab eine Idee! Wir werden die Seetang-Saatkörner teilen! Gute Idee, Chef! Ja! Jippie! Los, erzählen wir Don Krakone, dass wir den Schatz teilen werden! Ei, ei! Die Truhe, die Saat! O wundersame Seetang-Saat! Fritzi, du hast den Schatz gefunden! Ich hab deinen Schatz gerettet, Oma Flunder! Na ja, also Fritzi hat mir schon ein bisschen geholfen, aber... Ich hab die Aufgaben gelöst! Ich war sehr mutig! Ganz bestimmt warst du das, Lukas! Könnt ihr beiden mir mit dem Aussäen helfen? Ich war sehr, sehr mutig, Oma Flunder! Da waren diese ganz großen, gemeinen Haie! Ich glaube, es waren mindestens 50! Und ich hab Fritzi beschützt! Und... und tolle Loopings hab ich auch gemacht! Ich bin sehr stolz auf euch beide! Aber kommt doch erst mal ins Haus! Und erzählt mir all eure Abenteuer ganz in Ruhe! Ich bin sehr stolz auf euch! Wir in der Nacht noch mal ins Haus! Und ich bin sehr stolz auf euch! Ich bin sehr stolz auf euch! Vielen Dank.